5 5 Das Gleichgewicht behalten, pass auf den Schwerpunkt Jetzt Ihr Mauch Stell das rechte Bein auf Dreh die 10 nach rechts Hängst du einmal schlagen, darfst du auch Deine Schwinge auf den Hinterkopf Sascha, pass auf den Schwerpunkt auf, sonst dreht er dich Jetzt kannst du an den Beinarbeitern Aktion Aufstellen Nach rechts aufstellen Genau Jetzt gehst du vorbei links Ja, jetzt versuch das nochmal Aber schön Genau, aufstellen Weißer aufstellen Aufstellen Weißer aufstellen Das ist gut Ja Warte, warte, ich werde das nochmal raus Und zwischendurch nochmal Mit deinem Arm über seinen Kopf Ne, ne, ne Guillotine Vermerzt die Warte, die Guillotine, ne Du kannst auch mit deiner Hacke und seinen Leber holen Du kannst auch mit deiner Hacke und seine Leber holen Oder was ist dein Nimmst Drehstamm der Hinterkopf TK-A-Haube Aktion Was, da arbeiten wir mit der Hüfte ein bisschen Nach links, rechts, rechts, rechts Dreh Genau, zieh immer schön zu dir rein Wenn du den Kopf transzulierst, hast du den ganzen Körper haltet. Super, das war super. Pass auf, pass auf, damit ist der rechte Beinhalter. Beine aufstellen. Beine aufstellen. Beine aufstellen. Beine aufstellen. Beine aufstellen. Beine aufstellen.